Hi und herzlich willkommen zum Business Kung Fu Podcast. Mein Name ist Marco Siebert und ich mache meine Reise in den Bereichen Erfolg, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung zu deiner Reise. Begleite mich und deine Live aus meinen Fehlern, Erfolgen und Erkenntnissen, um dein Leben auf die Überholspur zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Business Kung Fu. Mein Name ist Marco Siebert und in der heutigen Episode geht es um das Thema, du musst nur einen Schritt besser sein. Ja, häufig sind wir ja gerne mal in der Selbstkritik bzw. sind immer der Meinung, dass unsere Fähigkeiten, unsere Leistungen oder wir selbst unzureichend sind für irgendetwas. Und ich kann dir hier sagen, es ist absoluter Blödsinn. Kein Abschluss der Welt macht dich in irgendetwas besser, sondern nur das, was du zum Beispiel dann, um diesen Abschluss zu bekommen, mitgenommen hast. Ja, also das, was du gelernt hast. Das Lernen ist allerdings nicht abhängig davon, also diese Fähigkeiten, die du erwerbst, ist nicht abhängig von irgendeinem Schein. Ja, als Arzt beispielsweise, ja, da musst du diese Approbation haben, du musst, beziehungsweise musst du zumindest als Mediziner von der Uni dann letzten Endes gehen, damit du es ausüben darfst. Könnte man es auch so lernen, als Ausbildungsberuf? Klar, könnte man bestimmt. Ist aber rechtlich nicht in Ordnung. Ja, also das wird nicht passieren. Gleich gilt für andere Berufe. Ja, also viele Dinge könntest du durchaus genau so lernen, wenn du den gleichen Unterricht besuchen würdest, wenn du an den gleichen Stellen entsprechend lernen würdest. Ja, natürlich. Ja, oder auf andere Art und Weise dir das aneignest. Wie du dir eine Fähigkeit aneignest, dafür gibt es immer multiple Wege. Ja, also Lernen ist ein ganz, ganz breites Feld und du bist nicht besser an irgendetwas, nur weil du es im Hörsaal einer Uni aufgesaugt hast. Es hängt einfach mit dem zusammen, was du an Informationen bekommst, wie sie transportiert werden und wie du sie wahrnimmst und aufnimmst und verwertest. Ja, das gibt es nicht, dass ja ein Raum dafür sorgt, ja, also ein Raum im Sinne von Hörsaal zum Beispiel dafür sorgt, dass du in irgendwas besser bist, als wenn du es woanders lernst. Du kannst auf einer Wiese draußen lernen, wäre auch nicht das Problem. Ja, du kannst auch direkt einen 1 zu 1 Unterricht kannst du das lernen. Du kannst es in allen möglichen Varianten, ich gehe jetzt mal weg vom Arzt, ja, aber generell kannst du so ziemlich jede Sache lernen und häufig haben wir das Gefühl, wir haben immer noch zu wenig gelernt. Es ist immer noch zu wenig. Und die Problematik, die ich zum Beispiel sehe, ich bin da selber in verschiedenen Coachings unter anderem auch mit drin, ja, und sehr interessant ist, dass da auch viel in Sachen Mindset, also die, das meiste ist es nie, es fehlt nie an der Fähigkeit, zum Beispiel ein Produkt zu erstellen. Es fehlt nie an der Fähigkeit, mit der Technik umzugehen oder selten, ja, das sind die kleineren Hürden. Es ist immer nur das Denken hintendran, dass man, dass man glaubt, oh, ich habe den anderen nichts zu bieten. Was soll ich denen denn verkaufen? Ich kann ja nichts. Und das ist der größte Schwachsinn, den man sich nur ausdenken kann. Ja, also da muss ich sagen, mit einer der schlauesten Sätze, die ich dazu gehört habe, war vor, boah, schon länger her jetzt, neun Jahren oder so, da war ich auf einem Trainingsseminar. Ja, da war ich auf einem Seminar für chinesischen Schwertkampf in Köln, stehe mit dem Trainer auch gut im Kontakt, ja, und war seitdem auch häufiger da, na, jetzt schon lange nicht mehr, aber wir stehen zumindest noch gut im Kontakt und ich habe halt gesagt damals, ja, das ist echt schade, ich würde das, ich finde das so cool, ich würde das echt gerne auch mal unterrichten irgendwann, aber jedes Mal da nach Köln zu fahren, das ist halt, das kriege ich nicht hin, kriege ich zeitlich einfach nicht hin. Ja, bis ich dann mal auf dem Lehrergrad bin und das dann machen kann, dann sagt er, wieso denn, mach doch eine Gruppe. Dann sagt er, ja, ich kann ja nichts. Dann sagt er, ja, das ist Quatsch, du kannst 500 Prozent mehr als jeder deiner Schüler, der bei dir anfängt. Okay, du musst dir erstmal nachdenken. Dann sagt er, hör mal, du brauchst keinen Lehrergrad dafür. Wenn du eine Übungsgruppe machen möchtest, dann mach das. Ja, du musst im Endeffekt nur einen kleinen Schritt weiter sein als dein Schüler. Ja, du musst nur eine Technik mehr beherrschen als dein Schüler. Dann kannst du ihm etwas beibringen. Dann lernt er etwas Neues. Und dann, wenn du wieder etwas Neues gelernt hast, ja, das muss ja erstmal vertieft werden, ausgebaut werden. Und wenn du wieder da bist, mal zum Lernen, dann bringst du dem die neuen Sachen ein Stück für Stück bei. Ja, und so kannst du mit deinem Schüler zusammen wachsen. Und das haben wir beispielsweise auch ganz ähnlich bei uns im Wing Chun Kung Fu, wo ich auch im Prinzip Assistenztrainer bin und eine eigene Gruppe auch habe. Aber bei meinem Meister ist es ganz ähnlich. Er hat einen Schüler, der hat, glaube ich, eine Anreise von um die 400, 500 Kilometern. Ja, also kommt im Prinzip, wir haben am Wochenende mal das Lehrertraining dann. Ja, es geht dann drei, dreieinhalb, vier Stunden. Und dafür kommt er im Prinzip dann immer mal hochgefahren. Und er hat jemanden vor Ort bei sich zu Hause, mit dem er üben kann. Das heißt, er kriegt im Prinzip einmal Input. Ferner Hause trainiert das weiter. Ja, er übt das weiter. Er hat nicht die Chance, dass er jede Woche zum Kursunterricht kommt. Ja, die Chance hat er nicht, sondern kommt im Schnitt einmal im Monat. Manchmal auch nur jeden zweiten Monat, je nachdem, wie es halt bei ihm ausschaut. Aber dann hat er wieder etwas mehr gelernt, unterrichtet das auch. Ja, er übt mit jemandem, dem man das dann auch beibringt. Und beide wachsen daran. Und das ist großartig. Ja, also im Grunde ist es wirklich so. Wenn du mit irgendwas erfolgreich werden möchtest, dann unterrichte es. Dann lehre es. Ja, ich arbeite selber als Dozent in verschiedenen Bereichen. Da habe ich festgestellt, wenn ich zum Beispiel als Dozent mit dem Skript arbeite und das halt vortrage und unterrichte, dann ist es häufig so, dass ich mir erst mal blöd vorkomme. Ich mir denke, oh Gott, ja, ich arbeite mit dem Skript. Ich kann das ja nicht einfach auswendig. Ja gut, machen die meisten eigentlich. Ja, und trotzdem hast du dann die Leute vor dir sitzen, die wesentlich weniger wissen als du selber. Also du kannst dieses Wissen dann vermitteln. Und wenn Fragen kommen, ist das so wertvoll, weil dann schreibst du dir die Fragen auf und kannst sie beim nächsten Mal beantworten, weil du dann für dich nachrecherchierst. Und das ist eben genau das, die perfekte Methode, um zu lernen, sei einen kleinen Schritt weiter und die Dinge, die du gefragt bist, worauf du keine Antwort weißt, die schreibst du dir auf und schlägst sie nach oder übst sie nach. Und ja, dadurch wächst du immer weiter. Das ist fantastisch. Ja, bestes Beispiel dafür, wie erfolgreich man damit werden kann, war in den USA. Und zwar ein Betrüger, den es damals gab, wurde sogar verfilmt, meines Wissens, ich glaube mit Leonardo DiCaprio. Ich glaube, der Film heißt Catch Me If You Can, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und zwar ging es darum, dass ein Betrüger unterwegs war, der sich unter anderem an einer Universität versteckt hat als Lehrer, als Universitätslehrer. Ich weiß gar nicht, welcher Fachbereich das war, aber er hat die Unterlagen gefälscht, hat sich da, hat er dann als Lehrer, als Dozent, als Tutor gearbeitet. Jahrelang, unbemerkt und er hatte überhaupt keine Expertise in dem Bereich, den er unterrichtet hat. Du wirst dich fragen, wieso ist das nicht aufgefallen? Ja, ganz einfach, er hat es ganz geschickt gemacht, er hatte ja den Lehrplan und er hat einfach nur eine Lektion weiter gelernt, als die Studenten waren. Ja, das heißt, er hat im Prinzip, wenn die Kapitel 1 gerade gelernt haben, hat er Kapitel 2 für sich gelernt und hat im nächsten Unterricht Kapitel 2 unterrichtet. Ja, er war einfach nur eine Lektion voraus und hat damit über Jahre an einer amerikanischen Universität unbemerkt Schüler unterrichtet, also Studenten. Wahnsinn, ja, und wenn du dir das mal überlegst, was da möglich ist, also du sollst natürlich sowas nicht machen, aber was legal möglich ist, was du machen kannst. Ja, dass du im Prinzip zum Beispiel, wenn du ein Coaching-Programm machst zu einem bestimmten Thema, du musst zum Beispiel, wenn es irgendwie im Mentalbereich, sagen wir mal Mentaltraining, Mentalcoaching, wo so ein bisschen Psychologie etc. mit drin ist. Du brauchst nicht vorher acht Jahre Psychologie studiert zu haben, nein, brauchst du nicht. Sondern du musst einfach nur das Problem deiner Kundschaft lösen können und die sagen dir, welches Problem sie haben. Da du einen anderen Blickwinkel drauf hast, also nicht selber da involviert bist, also das Problem nicht selber hast, in den meisten Fällen, hast du problemlos die Möglichkeit, dann dein Coaching anzupassen daran. Ja, das heißt, du kannst ein Kapitel voraus lernen und dem Kunden bei der Lösung seines Problems dadurch helfen, indem du einfach einen Schritt weiter bist. Du musst kein Experte werden oder Experte sein, um zu starten. Experte wirst du. Du fängst ja auch nicht als Rennfahrer an in der Fahrschule. Ja, musst du erst, ja keine Ahnung, musst du erst den ersten Platz bei der Formel 1 gemacht haben, damit du in die Fahrschule darfst? Nein, warum nicht? Weil das Lernen und das Lehren funktioniert Hand in Hand. Du musst Schritt für Schritt gehen und einfach nur einen Schritt weiter als die anderen sein. Es ist egal, ob du ein Personal Trainer bist, ja, ob du, es ist egal, in welchem Bereich das ist, du musst nur einen Schritt weiter sein. Wir sind immer wieder beim Thema Perfektionismus, ja, wenn dich das Thema interessiert, habe ich in der letzten Folge nochmal angesprochen gehabt. Ja, schmeiß deinen scheiß Perfektionismus über Bord und starte endlich. Fang an. Ja, also ich weiß mittlerweile von ganz vielen großen, richtig großen Coaches da draußen, die du bestimmt auch kennst, dass viele von denen, wenn sie ein neues Produkt starten, wenn sie ein neues Coaching starten, ein richtiges High-Price-Ding auch, dass das überhaupt nicht fertig ist. Da sind vielleicht die ersten drei Kapitel fertig, wenn das zehn oder zwölf Kapitel hat, ja, und pro Woche wird eins freigeschaltet und die hängen einfach immer ein weiteres hinten dran. Und das Spannende an der Sache ist, sie können A, dadurch ihr Coaching testen, kommt das überhaupt an? Falls nicht, können sie es halt wieder abschaffen, das Coaching, können sagen, okay, das ist nicht gelaufen, hat nicht funktioniert, aber ich habe zumindest nicht drei Jahre Arbeit reingesteckt. Ja, und ansonsten können sie es während des Betriebs immer weiter abändern, bis es sich perfekt an den Kunden anpasst, an die Kundenwünsche. Ja, und die kommen ja mit der Zeit, die Fragen, ja, in den Live-Calls und so weiter. Ist eine geile Methode, wie du ein Produkt on the fly, also quasi im laufenden Betrieb erst entwickelst. Ja, weiß ich von einigen Coaches, die da so arbeiten und es ist genial. Es ist einfach genial. Ja, wenn viele sagen, es ist ja Betrug, das Ding ist ja gar nicht fertig. Nein, das ist kein Betrug, sondern es passt sich dem Kunden perfekt an und du minimierst dein eigenes Risiko, weil du eben nicht dutzende, hunderte Stunden an Arbeit reinsteckst und dann, was ich noch, super Logo dafür machst und dann Werbung schaltest und was ich noch, funktioniert es nicht. Ja, sondern du hast damit quasi wie einen Live-Testlauf mit realen Kunden, die auch dafür bezahlen, ja, die auch die Leistung bekommen und das Coaching passt sich immer mehr an deren Bedürfnisse an. Und genau so soll es sein. Ja, eine geniale Methode, das heißt, selbst die bekanntesten Coaches und Berater und Trainer und Consultings arbeiten genau so. Und jetzt frage ich dich, warum machst du das nicht? Ja, wenn du etwas hast, was du zum Beispiel verkaufen könntest, warum machst du es nicht? Ja, ich bin noch nicht weit genug, nein, völlig falsches Mindset, fang an, fang sofort an, fang an, ja, stell den Plan dafür auf, ja, schnapp dir, was ich gehe auf Trello.com, ja, hast du so ein tolles Programm, womit du im Prinzip so eine Übersicht machen kannst, ja, so Brainstorming machen kannst, so mache ich das und dann schiebst du die Dinger in die Kapitel rum, wie du sie haben möchtest und fängst an mit dem ersten, ja, nimmst das auf, jetzt machst du das zweite, nimmst das auf und dann fängst du an, das zu bewerben. Ja, und sobald jemand drin ist, dann hast du nämlich auch den Druck, weiter dran zu arbeiten, weil du weißt genau, oh, in zwei Wochen muss das nächste Kapitel stehen, ansonsten läuft der hier ins Leere der Kunde, ja, und dann setzt du dich mit unter Druck und dann wird das Ding auch fertig, ja, das ist häufig das Problem, dass eben nicht das Anfang, nicht das Planen ist das Problem, Planen tun wir alle, wie die Weltmeister, das Anfang, okay, tun schon weniger, das Dranbleiben ist das Problem, ja, viele geben auf nach kurzer Zeit, die kriegen es nicht fertig. Und deshalb, setz dich doch selber unter Druck und mach das so, geh einen Schritt weiter als dein Schüler, das reicht aus und du wirst sehen, wie du plötzlich zum Experten wirst. Ja, du bist noch keiner, du wirst einer und zwar genau so. Wenn du dir bei mir gerne ein Shoutout buchen möchtest, hier auf diesem Kanal, das heißt, ich promote deine Dienstleistung, deine Webseite, deinen Instagram-Kanal, dich, deinen Podcast oder was auch immer, dann schreib mir doch bitte eine Mail und zwar an businesskungfu79atgmail.com. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du ein Interview buchen möchtest, ja, bitte auch an dieser Adresse businesskungfu79atgmail.com eine Anfrage schreiben und kurz schreiben, was du machst, ja, also was sollte halt so ein bisschen ins Thema natürlich reinpassen, das heißt, wenn du irgendwie ein Business aufgebaut hast oder da dabei bist oder interessante Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich oder wenn du was Interessantes beizusteuern hast, zum Thema Mindset, Fokus, Produktivität, Willenskraft, ja, dann bist du hier auch goldrichtig und dann könnte es durchaus interessant sein, dass wir mal unsere Zielgruppen ein bisschen kombinieren und zwar indem, ja, wir deiner Zielgruppe mal mal den Podcast vorstellen und indem wir meiner Zielgruppe dich einmal vorstellen, ja, denn häufig ist ja der Denkfehler dieses Konkurrenzdenken, ja, unter verschiedenen, manchmal auch Coaches, häufig ist es eigentlich genau umgekehrt Sinn der Sache, ja, also wenn du jemand anderen, also wenn ich meinen Leuten zum Beispiel deinen Podcast noch zeige, selbst wenn er ein ähnliches oder gleiches Thema hat, dann sind die ja bei mir nicht weg, sondern die könnten dich noch zusätzlicher entdecken, ja, denk mal über dich selber nach, wenn du YouTube Videos anschaust, zum Beispiel zum Thema, weiß ich nicht, Mindset oder Geld oder wie auch immer, guckst du dir noch von einem einzigen die Videos an? Garantiert nicht, ja, garantiert nicht, ja, oder wenn du gerne Krimiserien guckst, guckst du nur eine? Eine einzige? Im Leben nicht, ja, also du hast nicht, niemand hat etwas zu verlieren, es gewinnen alle daran, deswegen, wie gesagt, wenn du ein Shoutout-Bücher buchen möchtest oder ein Interview, dann bitte melden unter businesskungfu79.com. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder, ich freue mich auf dich und bis dahin, ciao, dein Mann. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Wenn dir die gefallen hat, dann gib ihm noch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung, empfiehle ihn weiter und kommentiere ihn. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst und meiner exklusiven Business Kung Fu Community Facebook-Gruppe beitrittst. Alle Infos findest du unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.